Ich möchte ein Porträt von meinen Kindern. Von meiner Tochter und meinem Sohn. Lilly ist 21, studiert Tanz und Gesang an der Theaterakademie. Und der Bub, wer hat das der? Ja, das ist das Problem. Wieso stört sich das so, dieses Bild? Weil mein Bruder tot ist. Und meine Mutter ihn zur Deko an die Wand hängen will. Hallo. Hallo, Lilly. Warum machen Sie eigentlich Skizzen von mir, wenn Sie mich eh schon fotografiert haben? Das eine ist, was die Kamera mir sagt, wie sie ausschauen. Und das andere, was meine Augen mir sagen. Was meine Hände beschreiben wollen. Woll ich mich ausziehen? Muss nicht sein. Also Max, warum sind Sie schon so lange allein? Ich bin gern allein. Haben Sie keine Angst vor dem Alleinsein? Vor Leuten habe ich mehr Angst. Ich finde nicht, dass das hier so gut läuft. Was? In der Beziehung willst du immer bei mir sein, mit mir sein. Ich kann ja nicht mal alleine pissen gehen. Ich will alles wissen von dir. Ich will jeden... Es muss etwas passieren, Elia. Ich will aber nicht, dass was passiert. Rede mit mir. Lass deine Hände von mir, du. Alexander wollte immer an deine Hand gehen. Er war sehr anhänglich. Das ist dir ziemlich auf die Nerven gegangen. Ich würde meinen Bruder wieder haben. Sie sind stark und entschlossen. Klar kann ich stark sein. Aber vielleicht hat sich mal irgendjemanden dafür interessiert. Wie es mir damit geht. Und jetzt? Na, du musst mich fühlen. Du bist der Mann. Du musst mir zeigen, was du willst. Hm. 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 Er müsste endlich aufhören, nach einem Grund zu suchen. Weil es vielleicht mehr gibt es, nur einen. Musik 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 Musik